Guten Morgen, ich habe hier voll ein Quatsch. Ist das nicht schön? So. Dann tun wir hier gleich wieder die Dinger reinpflanzen. So. Katze. Yo, yo. Wahrsager. Die Geister sind heute sehr glücklich. Oh, awesome. Das ist ein Tag für uns, für die Mine. Oh, hier können wir ernten. Tü-tü-tü-tü. Klopp, klopp. Mal gucken, vielleicht ist morgen das Ding zusammengewachsen. Ich weiß es nicht. Und die können wir ja schon mal ernten. So. Auch ernten. Nein, das möchte ich nicht essen. Wie schau ich denn aus? So. Ja, super. Mal schauen kurz. Gold, Gold, Gold. Ach, tun wir das einfach auch rein. Gehen wir an, das ist zu Penny. So. Das, das. Das hier, das hier, das hier. Jo. Das können wir alles verkaufen. Mal wieder ein bisschen was davon. Weiß zwei. So, Merry, Freund, Quartz. Oh, so. Ich verkauf gern das Silber mit Zeug. Schau mal wegen unseren Medingensen. Erstens mal könnte ich hier was fertig sein. Ist noch nix fertig. Da ist was fertig. Äh, ansonsten. So, genau. Unsere Pizze. Und jetzt gehen wir ab in die Mine. Ist Freitag. Muss nur schauen, dass ich dann auch rechtzeitig da bin. Oh, eine Edelwickel. Das ist halt gratis, ne? Alles, was gratis ist, sollte man vielleicht mitnehmen. Ich brauch das Geld. So, Würmer können wir heute ignorieren. Beziehungsweise jetzt ignorieren, weil da wird nix mehr. Mal schon, vielleicht haben wir zu viel jeweils in die Quest. Oh, hey, Shane. Hallo. Was ist das denn des Lebens, wenn du immer nur arbeitest? Ja, das hab ich mich damals auch gefragt. Damals. Naja. So, jetzt nehmen wir die auch mal mit. Jetzt haben wir sogar schon drei verschiedene Qualitäten von Edelwickel. Ja, toll. Ah, nun gut. Das ist das 26. Am 28. Sollte unsere Axt fertig sein. Wie gern mag uns jetzt eigentlich Willi? Shane mag uns am liebsten. Hm, wo haben wir denn Willi? Willi. Willi. Hä? Wo ist Willi? Wie zu blöd. Nein, 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 nein. Da, Willi. Eins. Hm. Das hätte so schön ausgehen können, wenn wir, ja, wenn er mal gerade mehr mögen möchte. Nächstes Jahr wird's besser. So, Stufe 55. Hier brauchen wir nur einen Ausgang. Wir schauen, dass wir jetzt ein bisschen weiter runterkommen. Fischen können wir mal was anderes da. So. Ich will unbedingt relativ weit runterkommen. Ich will dieses doofle Minecart haben. Wir brauchen Feierstein. Da. Ich dachte, ich hätte heute Glück gehabt. Schaut da nicht so aus. Hm. Das ist doof. Na komm, gib mir halt einen Weg nach unten. Oder will ich jetzt irgendwas anderes Interessantes. Hm. Geioden. Na ja, besser als gar nichts. So. Hä? Zum Schluss bin ich dann da und halt sag so, Hä? Das letzte Dingens, äh, ja. Ist dann das, was ich brauche. Das ist dann die Leiter. Ja, so wird das nix. Kann ich vielleicht doch nochmal fischen. Das kann erst mal zwölf. Da haben wir doch schon mal einen Weg nach unten. Ja, relativ schnell. Ne? Ja. Vielleicht schafft man es ja doch noch mit Glück nach ganz unten. Oder vielleicht auch nicht. Wir haben einen Geist. Na, trock was. Trock mal eine 3er- und eine 2er-Scroll. Ich will ne Leuchte-Ding haben. Eine Leuchte. Wie heißt das? Ein Leuchtering. Genau. Oder ist ein Weg nach unten? Na komm. Kann man Edelwicken essen? Nein. Man droppt auch wenigstens irgendetwas interessantes. Was soll denn das hier? Stimm auf! Ich bin doch ganz lieb! Ähm, ja. So, noch ein bisschen was von denen. Ja, vielleicht komme ich hier nicht runter. Ha! Hat sie gesagt und schon was unten. Ja gut, äh, dann haben wir jetzt nur noch diesen Kackweg hier. Jetzt verkacke ich da an diesem Kackweg. Weil ich keine Energie mehr habe. Retten. So. Alter! Alter! Aua! Es ist nervig. Was ich nochmal gesagt habe. Da stirbt wir, du blöder Geist. Ich will hier ne bessere Waffe haben. Bitte, bitte. Hey lol, what? Zwei Golderze. Hm. Prob mir nen Weg. Bitte? Oh. Oh, das ist kein Kackweg. Hm. Ja, ein Weg. Oh mein Gott. Oh, noch ein Weg. Das war Glück. Gib mir ne Waffe. Da war keine Waffe. Kacke. Na ja. Keine Waffe. Das ist aber ein Dolch, ist es. Das ist halt euch wie kein Dolch. Dolch ist doof. Das mach ich kein Dolch. Soll ich jetzt diese Ebene mögen? Ich könnte es mal versuchen. Bitte lass mich nicht sterben. Ach so. Oh. Geht ja noch einigermaßen. Ich dachte schon, da gäbe es noch mehr. Ja. So, stirb. Ja. Yeah, your mom. Da ist ein Diamant. Oh, warte. Ich kann den mitnehmen. Oh. Mann. Ja. Ich könnte ja noch mehr Zeug noch nehmen. So. Ah, der meint. So kann ich das nicht mitnehmen. Ah ja. Okay. Man soll nicht übertreiben. Ich geh. Da noch irgendwo was. Hm. War auch bloß Hartholz. Na gut. Wir sind schon so ziemlich... leer. So. Mina verlassen. Wir haben mal etwas geschafft. Auch wenn es am Anfang wirklich nicht gut war. Puff. Am Anfang war es wirklich nicht zum Lachen. Mh. So. Das sind Würmer. Achso, ich kann keine Würmer mitnehmen. Kacke. Ah. Auf Level 80 war es, glaube ich. Mh. Achja. So. Hier Zeug abliefern. Das hier. Das hier. Schön. Das und das. Achja, warte. Das ist ein Mob-Drop. Äh. Das hier. Ach, das ist auch ein Mob-Drop. Ich bin doof. Ja. Und das hier. So. Mob-Drops. Das hier. Die restlichen Edelwicken. Die können wir ja verkaufen. Was glaub ich hier sonst noch so? Können wir wieder mitnehmen. So. Verkaufen wir mal. Äh. Das hier. Das hier. Das hier. Und das hier. Schön. Jetzt kommt die Pilzkiste. Dann kommt auch das hier rein. Und der Hopfen kommt da rein. Ja wunderbar. Ja wunderbar. Tun wir wieder. Kaputte. Kaputte CDs da rein. Schön. Haben wir noch irgendwie. Ja. Jetzt haben wir wenigstens. Jetzt haben wir wenigstens. Ähm. Äh. Wie heißt's? Äh. Kohle. Genau. Wir haben Kohle. Ja. Ja. Ach kacke. Sie hat zu. Ich hab vergessen den Samen zu kaufen. Aaaaah. Ja. Äh. Das Bett gehen. Ja. Lippel ab. Äh. Stufe 4 im Kampf. Herrschungsrezept Kriegerring. Ja. Haben wir auch wieder mehr Geg bekommen. Tag 27.